Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation. Eine Sommerausgabe, aber die Nummer 298. Wir sind ja noch in der Sommerausgabe, in der Sommerpause vielmehr und wollen euch aber die zwei Monate über nicht alleine lassen und haben eine ganze Reihe von gehaltvollen Sendungen aufgenommen und vorbereitet. Ja, unter anderem haben wir ein paar Interviews gemacht und heute ist der 4. Juli 2022. Ihr werdet das Interview natürlich etwas später hören, aber zur Einordnung ist es ja immer wichtig zu wissen, wann es aufgenommen wurde. Heute haben wir uns verabredet mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist geboren am 10. März 1958 in Düsseldorf, Mitglied des FDP-Bundesvorstands und im Vorstand der FDP-Bundestagsfraktion und vor allem aber Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Ganz herzlich willkommen in der Lage der Nation, Frau Strack-Zimmermann. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt weiß jeder, wann ich Geburtstag habe. Ich wiederhole, 10. März, Blumensträuße sind herzlich willkommen und zwar gestreckt auf den ganzen Monat. Es ist immer doof, wenn die alle gleichzeitig kommen. Stimmt, wenn die verblühen, hat auch keiner was. Nicht nur das, ich habe gar nicht so viele Vasen. Viele von euch kaufen und konsumieren ja nachhaltig. Ihr nutzt Ökostrom, fahrt elektrisch, kauft faire Klamotten und esst Ökokarotten. Im Haushalt produzieren viele aber immer noch Plastik und CO2 ohne Ende. Deswegen geht zu everdrop.de. Bei Everdrop bekommt ihr WC-Reiniger, Spülmittel, Shampoos, Seifen, Waschmittel und vieles mehr, aber eben ohne unnötige Chemie, ohne Mikroplastik und ganz ohne Plastikmüll. Alles für den Haushalt und das Bad, aber aus veganen, natürlich basierten Inhaltsstoffen. Und zum Nachfüllen. Ihr bekommt super schicke Behälter und könnt euer Shampoo auch selber anmixen. Das spart Wasser beim Transport, spart Gewicht, spart CO2. Everdrop hinterlässt kein Plastik, nur ein gutes Gefühl. Probiert es einfach mal aus. Mit dem Code LAGE10 bekommt ihr auf alle Bestellungen 10% Rabatt. Bis zum 31. Juli sind übrigens alle Sets, die Waschpulver enthalten, um 20% reduziert. Geht jetzt zu everdrop.de-Lage-Der-Nation. Sie sind ja in der Lokal- und Landespolitik groß geworden, waren mal stellvertretende Oberbürgermeisterin, Erste Bürgermeisterin heißt das glaube ich, in Düsseldorf, sechs Jahre oder sowas in der Gegend. Sie sind dann 2017 in den Bundestag gekommen, gewählt worden und jetzt eben ein Jahr, ungefähr knapp ein Jahr, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Haben Sie sich denn bei Amtsantritt vorstellen können, dass Sie nochmal über so einen Angriffskrieg werden Politik machen müssen? Also ich bin jetzt seit fünf Jahren im Verteidigungsausschuss und da beschäftigen wir uns natürlich ständig mit diesen Themen, die jetzt für die Öffentlichkeit ja auch nicht so angenehm sind, weil es letztlich um Krieg und Frieden geht, um Waffen, am langen Ende um Sterben. Was in diesem Fall so krass ist, vor einem Jahr waren wir, ich in der Opposition, Mitglied des Ausschusses. Ein halbes Jahr später war die Wahl, wir wurden Teil der Regierung, der Ausschuss hat mich zur Vorsitzenden gewählt und ein paar Tage später bricht ein Krieg aus. Da würde jeder, wenn das ein Roman wäre, sagen, das ist jetzt ein bisschen dick aufgetragen alles, also diese Zufälle. Insofern gibt es nichts Vergleichbares, dass wir, ich konfrontiert werde mit etwas, was sich nur wenige haben vorstellen können, dass es im 21. Jahrhundert in Europa wieder einen solchen Krieg gibt. Und wir jetzt in der Verantwortung sind, das zu handeln. Ja, das ist krass, bemerkenswert. Manchmal denke ich, das kann alles nicht wahr sein. Dieser Plottist, den Sie gerade angesprochen haben, diese großen Herausforderungen, die sich jetzt an Deutschland richten, führen ja auch innerhalb unseres Landes zu großen Diskussionen. Ich möchte mal etwas zugespitzt formulieren, wir erleben gerade so eine Art Krieg der offenen Briefe. Die eine Seite fordert endlich engagiertere Waffenlieferungen, endlich engagiertere Unterstützung der ukrainischen Armee in ihrem Freiheitskampf gegen die russische Invasion. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die fordern, bei den Waffenlieferungen zurückhaltend zu sein. Die sagen, das verlängert den Krieg doch nur. Die fordern schnell Friedensverhandlungen zu beginnen, wie immer das zustande kommen soll. Sie haben sich in diesem Streit sehr deutlich positioniert. Sie haben den letzten Brief, der da vor kurzem veröffentlicht wurde, ich zitiere das mal kurz von Twitter, beschämend, intellektuell bankrott, unreflektiert, kurzfristig, arrogant, dumm und gefährlich bezeichnet. Das war, sage ich mal, Klartext. Warum haben die Autorinnen Unrecht, wenn sie sagen, Waffenlieferungen verlängern den Krieg? Also bevor man in diese Diskussion einsteigt, muss man ja erstmal die Realität zur Kenntnis nehmen, nämlich, dass Russland am 24. Februar die Ukraine überfallen hat. Die Integrität der Grenzen der Ukraine infrage stellt und dieses Land von der Landkarte löschen wollen. Und zwar nicht ein bisschen, nicht nur die Ostukraine, sondern am langen Ende das ganze Land. Es ist wichtig zu sagen, weil darum geht es letztendlich. In der Nachkriegszeit ist die UN gegründet worden, damit nie wieder, aus den Erfahrungen der Weltkriege, damit nie wieder der Stärkere obsiegt und schlichtweg in andere Länder einlatscht. So, dass es jetzt passiert, nicht ganz überraschend und doch überraschend in dieser Klarheit und Brutalität, denn 2015 Annexion der Krim, übrigens auch die Kriege vorher, die Russland ausgelöst hat, Georgien, Tschetschenien, Syrien, also da gibt es ein Muster, können wir lange darüber diskutieren, warum die westliche Welt nicht so reagiert hat, wie man hätte reagieren sollen. Das ist deswegen wichtig, damit man auch versteht, warum ich so heftig reagiere. Selbstverständlich kann das jeder unterschiedlich sehen. Selbstverständlich gibt es Menschen, die große Ängste haben und selbstverständlich müssen wir diskutieren. Nur, warum ich diese intellektuellen Briefe so schwierig finde, ist schlichtweg die Tatsache, weil sie ein Bild auf den Tisch legen oder zeichnen, so jetzt hören wir mal auf, jetzt ist gut mit dem Krieg, keine Waffen mehr und dann, Fragezeichen, was kommt dann? Also die Frage zurück, wenn man das so sieht, heißt das, Russland behält die Ostukraine? Heißt das, dass Russland keine wirtschaftlichen, moralischen, militärischen Folgen zu tragen hat nach diesem Verhalten? Diese Frage ist nämlich nicht beantwortet worden und deswegen ärgere ich mich so. Ärgern ist vielleicht auch ein bisschen profan, weil fast sieben Millionen Menschen auf der Flucht, weit über 20.000 Tote auf ukrainischer Seite, übrigens auch auf russischer Seite. Auch da werden junge Soldaten verheizt, die gar nicht wissen oder bis zum 24. Februar übrigens gar nicht wussten, dass sie in einen Krieg gehen, sondern dachten, es sei eine Übung. Da gab es welche, die haben eine Paradeuniform angehabt, weil sie geglaubt haben, in Kiew wartet man und jubelt ihnen zu. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn man die Diskussion führt, dann bitte an der Realität und nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim. Dazu gehört natürlich auch, dass Sie am 24.02. auch in einem Interview gesagt haben, Waffenlieferung verlängern den Krieg. Was hat Sie da zum Umdenken bewogen? Ich habe es anders gesagt. Bevor der Krieg ausbrach, gab es ja diese bizarren Bilder, wie diese beiden Vertreter der Ostukraine im Kreml waren und dann wurde ja dieser Vertrag unterzeichnet. Da habe ich als erstes gesagt, das ist eine Kriegserklärung. Da habe ich mir schon einen eingefangen, dass ich das so ausgedrückt habe. Dann kam die Diskussion, was für Waffen liefern wir? Und Sie erinnern sich, es ging darum um Defensiv-Offensiv-Waffen. Ich habe mich sehr früh dafür ausgesprochen, defensive Waffen zu schicken. Im Nachhinein ist natürlich diese Frage Defensiv-Offensiv völlig für den Eimer, weil Sie können aus jeder Waffe, können Sie sich verteidigen, können aber auch angreifen. Was ich mir nicht habe vorstellen können, darauf spielen Sie an, dass wir Panzer liefern, also schweres Gerät, weil ich immer sagte, da sind Züge, da ist schweres Gerät drauf, kann ich mir nicht vorstellen, wir müssen anders helfen. Aber es hat nicht lange gedauert, bis wir auch in dieser Koalition gesagt haben, doch diese Waffen werden benötigt. Okay, also da haben Sie auch dazugelernt. Ja, da habe ich dazugelernt, weil diese Heftigkeit, diese Brutalität, vor allen Dingen Frauen, die vergewaltigt werden, Kinderkliniken, die angegriffen wurden und zwar gezielt Geburtskliniken, keine Korridore freizulassen. Es gibt übrigens auch im Krieg Spielregeln sogenannte, dass das alles nicht funktioniert hat, hat auch bei mir ein Umdenken bewirkt, übrigens nicht nur bei mir, sondern auch bei den Koalitionspartnern der Grünen und der SPD, die ja beide nicht bisher aufgefallen sind, da besonders militärisch rustikal aufzutreten. Vielleicht können wir das noch einmal auf den Punkt bringen, warum ist aus Ihrer Sicht auch die Lieferung von zum Beispiel Panzern erforderlich in dieser konkreten Situation? Was ist da quasi das Ergebnis, das Sie anstreben, einer solchen Panzerlieferung? Also die Ukraine wehrt sich unglaublich, ist moralisch sehr, sehr, sehr gut drauf. Also da gibt es keinen, der nicht sein Land verteidigen will. Haben alle unterschätzt, dass der Krieg so lange geht. Aber es war klar, dass der Westen und damit meine ich natürlich nicht nur Deutschland, Europa, NATO-Staaten unterstützen muss mit Material, weil die russische Luft, die ukrainische Luftwaffe und ukrainische Marine wurden sehr schnell destabilisiert oder ausgeschaltet. Und es war klar, dass wir an der Stelle schlichtweg helfen müssen. Das ist ein Krieg. Sie kennen die Bilder dieser ewig lange Tisch. Putin saß da, hat jeden seiner Gesprächspartner über den Tisch gezogen, um mal im Bild zu bleiben. Also nicht die Worte zählten, sondern die Taten. Und dass die Ukraine unter unseren Beistand will. Und wissen Sie, es ist nicht schön, ständig über Waffen zu sprechen. Ich möchte auch nicht, dass mal von mir übrig bleibt, dass ich immer über Waffen gesprochen habe. Aber das ist ein Krieg, der militärisch beantwortet werden muss. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir unseren Teil dazu beizutragen haben. Bleiben wir mal bei dieser Frage, wie denn jetzt eine Lösung aussehen könnte. Also Sie werfen diesen Autoren vor und Autorinnen, die sagen, da müssen schnell Verhandlungen her, keine Waffen liefern. Ihr denkt irgendwie keine Lösung mit. Wie könnte denn Stand heute eine Lösung aus Ihrer Perspektive aussehen? Die Frage hätte ich gern den Briefeschreibern geschrieben. Aber wie ist denn Ihre Antwort? Sie müssen ja auch eine Idee haben. Also Sie haben immer in Krisensituationen, das ist unsere politische Denke, für Menschen, die an Ausgleich interessiert sind, die den Krieg nicht als letztes Mittel nehmen, immer die Diplomatie, Gesprächsebene finden, Waffenstillstand und dann überlegen, wie geht es weiter. Das wird mit Wladimir Putin nicht funktionieren, weil er hat seit Jahren, im letzten Jahr in einem Aufsatz nochmal und jetzt wiederholt, dass er die Ukraine vernichten will, einfach ausradieren will. Und wenn jemand Sie umbringen will, dann sagen Sie auch nicht, nimm mal einen Arm oder ein Bein, Hauptsache ich lebe, sondern dann werden Sie sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen. Was ich damit sagen will, Russland muss militärisch geschwächt werden, damit dieser Krieg beendet wird und am langen Ende muss Russland sich aus der Ostukraine zurückziehen, damit die Integrität der Grenzen der Ukraine wiederhergestellt werden. Übrigens, das hat auch was mit der Krim zu tun, auch das war völkerrechtswidrig. Aber die Krim bleibt bei Russland? Auf Dauer natürlich nicht. Sorry, das ist ja die Diskussion, wir haben ja schon 2014, 2015 wir, der Westen, versagt, weil wir es haben laufen lassen. Ja, da gab es Sanktionen, aber im Grunde genommen ist nicht viel passiert. Und zwischen 2015 und 2022 in der Ostukraine, 15.000 Menschen umgekommen. Haben wir darüber gesprochen, wurde da viel drüber gelesen. Also wenn man sehr fachlich unterwegs war, hat man es mitbekommen, aber das war es auch. Und wir sind jetzt an einem historischen Augenblick, allen Dispoten dieser Erde klarzumachen, bis hierher und nicht weiter. Und ich versuche immer auch klarzumachen, dass was nicht passieren darf, angenommen, man könnte sich mit Putin an einen Tisch setzen, Waffenstillstand. Was passiert denn dann? Dann wird Putin sagen, die Ostukraine habe ich jetzt im Sack. Dann wird erstmal Ruhe sein, alle sind erschöpft. Der Westen ist erleichtert, dass der Krieg vermeintlich zu Ende ist. Und in ein paar Jahren wird Putin weitermachen. So wahr ich hier sitze. Und diese Dimension, Pausen einzulegen, um das Militär wieder aufzurüsten, um dann weiterzumachen, das hat er angekündigt, das hat er in dem Laufe der letzten 20 Jahre gemacht. Und davon müssen wir ausgehen. Und deswegen sehe ich momentan keine diplomatische Lösung, es sei denn, deswegen könnte Russland das auch sehr schnell beenden. Die Russen hören auf, sagen Schluss, wir ziehen uns zurück. Und die Ukraine kann in dem Bestand, in dem sie vor dem 24. Februar war, weiterleben. Also Sie sagen auf den Punkt gebracht, die Ukraine muss gewinnen. In dem Sinne, dass Ihre territoriale Integrität Stand vor 2013 wiederhergestellt wird. Genau. Jetzt erleben wir ja alle, wie der Bundeskanzler handelt. Es sind viele Sachen versprochen worden. Der Bundestag hat mit großer Mehrheit mehr und schwere Waffen gefordert. Es ist ein bisschen was versprochen worden, sehr wenig geliefert. Sind Sie von dieser zögerlichen Haltung Ihrer Regierung nicht gefrustet? Ich war am Anfang tierisch gefrustet, weil ich konnte das nicht nachvollziehen. Wir sind ja der Kanzler und ich und viele einer Generation, die das große Glück hatten, deutlich nach dem Krieg geboren zu sein und diese Form der Kriege nie persönlich erlebt zu haben. Selbst der Jugoslawienkrieg, Einsatz der NATO, um den Kosovo zu schützen, der richtig und wichtig war, hat uns natürlich nicht so nah berührt als das, was wir jetzt gerade erleben, obwohl seinerzeit übrigens auch sehr viele Menschen geflüchtet sind, nach Deutschland kamen, später wieder zurückgegangen sind. Und ich konnte gar nicht verstehen, dass man in so einer Situation, wo es um die Substanz dessen geht, was wir in der Nachkriegszeit aufgebaut haben, Frieden, Freiheit, Menschenrechte, wertegebundenes Leben, dafür muss man doch brennen. Und dass dieser Angriff auf die Ukraine doch viel mehr ist als der Angriff auf die Ukraine. Es ist der Angriff auf die westliche Welt, was übrigens auch von Putin immer gesagt wird. Mal ein kurzes Beispiel. Putin war völlig klar, wenn die Ukraine nach Westen kippt, dann werden die Georgier sagen, was ist mit uns, dann wird Moldawien sagen, was ist mit uns. Dann werden manche Länder, die in der russischen Föderation sind, sagen, Moment, denen geht es ja viel besser als wir, warum sind jetzt wir nicht dran? Das heißt, das ganze System würde implodieren. Und das ist das, was Putin verhindern will. Übrigens, auch mal ganz konkret, auch die Drohung, das Baltikum anzugreifen. Das Baltikum sind unsere Nachbarstaaten, das ist NATO-Mitgliedschaft, das sind unsere Länder, die wir auch unterstützen. Das heißt, wenn so etwas nicht militärisch geklärt wird, kann das auch größer werden, indem auch das Baltikum angegriffen wird. Sie haben eben gesagt, Sie waren tierisch gefrustet. Jetzt sind Sie nicht mehr gefrustet, jetzt ist alles gut? Nee, alles gut wird sein, wenn die Situation befriedet ist. Es kommt jetzt mehr Bewegung rein. Wir haben auch schwere Waffen geliefert, Panzerhaubitze, um ein Beispiel zu nennen, die auch im Einsatz sind. Wir könnten noch deutlich schneller werden. Ich persönlich bin auch gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der FDP der Meinung, dass wir auch Panzer liefern müssten. Also noch mehr tun, da gibt es Diskussionsbedarf. Also lange Rede, wir hatten jetzt den G7-Gipfel, wir hatten jetzt den NATO-Gipfel. Jetzt committed, um im Neudeutsch zu sagen, der Kanzler. Er hat gesagt, wir stehen der Ukraine auch mit Waffen bei, solange die Ukraine will. Das ist übrigens entscheidend. Nicht wir sind relevant, sondern was will die Ukraine, das ukrainische Volk. Das heißt, es war ein klares Commitment, dem natürlich auch Taten folgen müssen. Also gute Reden hat der Kanzler bisher gehalten. Und gerade die erste Rede, 27. Februar, Thema Zeitenwende, war brillant. Und danach hatte ich so das Gefühl, da kommt jetzt diese große Amatten. Also auch rhetorische Verausgabung und jetzt ist Ruhe. Ich würde mal sagen, nicht, dass es weg ist, aber es ist deutlich besser geworden. Und die Dynamik auch, dass der Kanzler sagt, wir stehen bereit, bis 2024 15.000 Soldatinnen und Soldaten ausgerüstet, ausgebildet im Einsatz zu haben. Für die schnelle NATO-Angreiftruppe. Genau, innerhalb von 10 bis 50 Tagen. Das ist eine Ankündigung, die hat es in sich. Das müssen wir nämlich jetzt erstmal umsetzen. Da muss ich sagen, er hat recht. Das umzusetzen wird ein ganz großer Schluck aus der Pulle. Aber unter Druck arbeiten wir ja alle besser. Jetzt veröffnen wir doch mal so ein bisschen das Bild. Vielleicht etwas weg von dem ganz konkreten Konflikt in der Ukraine hin zur mittelfristigen Perspektive. Wie soll sich die NATO weiterentwickeln? Wie soll sich auch das deutsche, neudeutsche Commitment in der NATO entwickeln? Bislang gibt es in der NATO ein 2-Prozent-Ziel, dass also 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben werden sollen. Sie haben da schon vor längerer Zeit ein etwas umfassenderes Bild von Sicherheitspolitik gezeichnet. Sie haben gefordert, stattdessen 3 Prozent des BIP, aber eben nicht nur für Verteidigung, sondern für 3D, nämlich Defense, Diplomacy and Development. Also neben Verteidigung auch Diplomatie und Entwicklungshilfe. Was hat Sie zu diesem Vorschlag gebracht? Weil alles mit allem zusammenhängt. Also wenn Sie sich auch die Länder anschauen, in denen wir militärisch unterstützen, nehmen Sie mal Westafrika, Mali. Da haben Sie ein Paradebeispiel dafür. Da brauchen Sie Diplomatie, um mit den jeweiligen Regierungen zu sprechen, möglicherweise Lösungen zu finden. Da brauchen Sie Entwicklungszusammenarbeit. Thema ökologische Unterstützung, weil diese Kriege in Westafrika haben auch etwas damit zu tun, dass der Kampf fast ausschließlich um Ressourcen geführt wird, sprich Wasser, dass da der Westen sich einbringen muss. Militär alleine wird nie etwas ausrichten können. Wenn Sie in bestimmte Krisengebiete gehen, wird das Militär für Ruhe sorgen, wie sozusagen ein Anästhesist, der den Patienten erstmal ruhig stellt. In dieser Zeit kommt dann der Chirurg und operiert, sprich die Diplomatie, die Entwicklungszusammenarbeit. Wenn der Patient aufwacht und keiner hat ihn operiert, dann war das Ganze umsonst. Was ich damit sagen will, Militär ist immer nur ein Ganzes in der Komplexität der Welt. Das hat nichts mit der Ukraine zu tun, sondern unsere gesamte sicherheitspolitische Ausrichtung. Und deswegen haben wir diese drei Prozent reingebracht, weil das alles andere ist einfach verkürzt. Jetzt gibt es ja bei dieser Debatte Sondervermögen, 100 Milliarden für die Bundeswehr, was dann zumindest erstmal für die nächsten fünf Jahre ungefähr dafür sorgt, dass diese zwei Prozent, die von der NATO verlangt werden, vom Bruttoinlandsprodukt, für die Bundeswehr auch in Deutschland ausgegeben werden. Das große Fragezeichen, was da aber dranhängt, ist, wie stellen wir sicher, dass diese 100 Milliarden nicht einfach versickern? Sprich, die Beschaffung, also die Art und Weise, wie die Bundeswehr neue Panzer, Gewehre, Gerätschaften besorgt, ausschreibt, bestellt, die ist, das bestreitet niemand, extrem ineffektiv und schlecht. Wie wollen wir sicherstellen, wie wollen Sie sicherstellen als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Deutschen Parlaments, dass die Beschaffung effizienter wird, dass das Geld nicht einfach versickert? Also versickern wird es nicht. Das wäre auch viel, was da zu versickern wäre. Sie sprechen die Beschaffungsprozesse an, die in der Tat sehr mühsam sind. Es läuft vieles über das Beschaffungsamt in Koblenz. Damit will ich den Menschen, die da arbeiten, nicht zu nahe treten. Aber wir haben das Problem, dass wir alles ausgeschrieben haben, weltweit, europaweit, was die Prozesse noch mehr verlängert hat. Das kann man verändern. Das kann man strategisch verändern. Vor allen Dingen erlaubt es das europäische Recht, dass, wenn es um sicherheitsrelevant der Länder geht, sie auch in die Direktvergabe gehen können. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen vereinbart, dass wir deutlich schneller beschaffen, indem wir wissen, die Firma stellt das her, die Firma stellt das her. Wir gehen also in die Direktvergabe. Und bestellen das quasi bei denen und sagen, gibt uns das. Ja, weil es Produkte gibt, die sind auf dem Markt. Es wird nicht alles neu erfunden, weil wir eben verhindern wollen. Und das war eben jahrzehntelang so, dass Deutschland immer seine Artikel bestellt hat und immer die berühmten Extrawünsche artikuliert hat. Und ganz schlimm, im Prozess ein Extrawunsch. Also sie bauen ein Haus und dann sagen sie, Bad rechts, Küche links, Schlafzimmer oben, Wohnzimmer unten. Und plötzlich sagen sie, nee, 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 nee. Wir machen oben noch ein Bad und noch eine Küche. Dann können sie das Haus einreißen und können von vorne anfangen. Und genau das ist immer passiert, ohne Noten. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist immer eingebunden im Bündnis. NATO, europäische Verteidigung, immer. Und das Zusammenwirken mit den Armeen, mit den europäischen Armeen, mit den Armeen der NATO, das ist von hoher Relevanz. Also gemeinsamer Einkauf wird auf lange Sicht übrigens auch Geld sparen. Das alles zu koordinieren und zu machen, bedarf deutlich schnellerer Prozesse. Ich bin übrigens ganz optimistisch, dass die Bundesministerin der Verteidigung, Frau Lambrecht, gerade das besonders gut beherrscht, weil sie Juristin ist. Und sie wissen, wenn man mit Ideen kommt, dann kommen Juristen und sagen, mhm, mhm, alles schwierig. Wenn man da nicht juristisch geübt ist, dann muss man das erstmal akzeptieren. Wenn man aber Erfahrung hat in dem Bereich, und sie war ja Justizministerin, dann kann man dem auch etwas entgegenhalten. Und ich glaube, das ist von hoher Relevanz. Diese ganzen Bedenkenträger, dieses was geht und was nicht, es geht einem so auf den Senkel. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Und dieser Druck und diese Krise, dieser schreckliche Krieg gerade, ist eine Chance, das soll jetzt nicht zynisch klingen, die Prozesse zu beschleunigen, weil jetzt ist dieser Krieg, jetzt ist die Situation, jetzt wächst die NATO. Das betrifft jetzt vor allem die Hardware natürlich. Wie ist die Bundeswehr ausgestattet? Wie ist der Arbeitsalltag der Soldatinnen und Soldaten? Auf der anderen Seite ist ja gerade bei einer deutschen Armee auch die Software immer sehr wichtig vor unserer historischen Verantwortung. Lange Jahre war die Bundeswehr eine Wehrpflichtarmee. Dadurch war es relativ einfach sicherzustellen, dass sie tatsächlich auch fest in der Bevölkerung verankert ist. Jetzt haben wir seit etwa zehn Jahren die Wehrpflicht ausgesetzt. Und wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Skandale, die darauf hindeuten, dass es in der Bundeswehr extremistische Tendenzen gibt, die uns, glaube ich, alle Sorgen machen müssen. Wie bekommen wir denn das eigentlich hin, dass die Bundeswehr tatsächlich eine Armee von Bürgerinnen und Bürgern in Uniform ist, so wie sie das hoffentlich jedenfalls mal war, und eben kein Staat im Staate wird? Also sie ist nach wie vor, reflektiert sie das deutsche Volk und ist eine Bürgerarmee. Alles andere ist sie nicht, Gott sei Dank. Ja, es gab und gibt einige Rechtsradikale. Entscheidend ist, sie zu finden, sofort rauszuschmeißen oder der Gerichtsbarkeit hinzuzuführen. Und das Problem ist, dass die Truppengerichte zu langsam arbeiten. Das heißt, es gibt Fälle, die waren vor fünf, sechs Jahren und sind immer noch nicht geklärt. Das geht natürlich nicht, weil das kennen Sie, wenn Sie auch Zeuge eines Vorfalls werden und werden nach fünf Jahren vor Gericht gebeten, dann ist die Geschichte durch. Das heißt, das muss schneller werden. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel, um das deutlich zu sagen. Aber man muss es wirklich in der Relation setzen. Wir haben 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Da reden wir von Promille. Unentschuldbar muss geklärt werden. Diese Armee steht auf dem Boden des Grundgesetzes. Und die Soldaten und Soldaten verteidigen dieses Grundgesetz. Also das muss man auch einordnen. Jetzt, was Sie gesagt haben, Akzeptanz in der Bevölkerung. In der Tat, wir hatten eine Wehrpflicht. Da ist jede Familie betroffen gewesen. Irgendeiner musste immer zu bunt. Da war das so state of the art. Das wurde ausgesetzt. Die ist übrigens nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Und dadurch ist der Uniformberuf bei den Soldaten so in den Hintergrund getreten, was ich persönlich für einen großen Fehler finde. Ich erinnere mich, als wir dann vor drei Jahren ermöglicht haben, dass Soldaten und Soldatinnen in Uniform umsonst den Zug benutzen, sah man plötzlich immer mehr Soldaten auf dem Bahnsteig stehen. Da habe ich dann Post bekommen, Deutschland militarisiert sich. Da habe ich gesagt, der, der mir das schrieb, ob der eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat. Alle sind begeistert, wenn sie Polizisten in Uniform sehen. Fühlt man sich sicher, sitzt im Zug, denkt man auch, sehr gut, da ist einer, wenn irgendwas ist. Oder abends, wenn ich durch die Stadt gehe. Und bei Soldaten und Soldatinnen hat es auf einige ein Störgefühl ausgelöst. Und da muss ich sagen, die Präsenz, die Wahrnehmung der Bundeswehr ist heute eine andere. Plötzlich erkennen die Menschen, was es für ein gutes, eine schlagkräftige Armee zu haben. Das, was sie gesagt haben, dass wir kein Militär im Staat, das regelt das Grundgesetz. Die Bundeswehr ist ausschließlich dafür da, uns nach außen hin zu verteidigen. Im Inland spielt sie keine Rolle, mit Ausnahme bei Katastrophen, Flut, Erdbeben, wo also dieses Know-how der Pioniere gebraucht wird. Ansonsten ist die Bundeswehr nur dafür da, das Land nach außen zu verteidigen. Und die innere Sicherheit, darum kümmert sich die Polizei. Jetzt sind Sie ja Politikerin der Freien Demokraten. Sie sind Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Gibt es sowas wie eine liberale Verteidigungspolitik? Oder sagen Sie, das ist halt Verteidigungspolitik. Die machen Sie genauso wie ein Sozialdemokrat oder ein Unionspolitiker? Naja, da gibt es schon Unterschiede. Nämlich? Wir haben ja in dem Koalitionsvertrag uns auch mit Bündnis 90 die Grünen und der SPD Gedanken über die Bundeswehr gemacht. Ich erinnere daran, dass die große Koalition von CDU und SPD es nicht auf die Kette bekommen haben, dass Drohnen, die wir angeschafft haben, wir sprechen von sechs Stück, also wir können hier entspannt durchatmen. Fast so viel wie Haubitzen in die Ukraine geliefert werden. Ja, sechs Stück, also weil wir ja Diskussionen über zehn Jahre geführt haben, ob man die bewaffnet oder nicht. Das war ein Paradebeispiel, wie man es nicht macht, weil die bewaffnete Drohne, die fliegt übrigens nicht und schießt nicht, weil irgendeine künstliche Intelligenz das meint, sondern da ist jemand, der sich entscheidet. Und das ist ausschließlich dafür da, um die Bodentruppen zu schützen. Allein diese Diskussion oder Tornadonachfolge. Es war klar, dass das Kampfflugzeug Tornado ausläuft, bis 2030 nichts passiert. Ich könnte Ihnen jetzt 100 Beispiele nennen. Das wurde in der Großen Koalition alles liegen gelassen, bis auch in wichtige Kleinigkeiten, übrigens auch Investitionen, Infrastruktur, Kasernen, Übungsbereich. Das ist ja auch alles nicht gemacht worden. Insofern kann man sagen, an der Stelle haben CDU und SPD seinerzeit versagt. Wir haben in der Ampel in unserem Papier sehr dezidiert gesagt, wie wir in Zukunft mit der Bundeswehr umgehen. Und da muss ich sagen, da waren wir, ja, vielleicht überraschend, vielleicht auch gar nicht ganz nah beieinander, weil die, die sich immer damit beschäftigen, einen anderen Blick darauf haben, als die, die sich mit dem Militär nicht beschäftigen. Das haben sie im Fachbereich immer. Jetzt aber unter der Situation, unter dem Paradigmenwechsel in der NATO, glaube ich, sind wir da sehr eng beieinander. Und was spezifisch Liberales? Also ist das vielleicht, um eine Idee zu nennen, diese spezifisch Werte gebundenen? Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Wir tragen als einzige Partei das Wort Freiheit in unserem Begriff. Und Freiheit heißt ja nicht, dass jeder macht und über Tische und Bänke geht. Freiheit heißt, dass jeder sich nach seinem Chancen und Ermessen entwickeln soll und sein Leben lebt, immer im Rahmen der Gesetze. Und dazu gehört auch eine Armee, die nämlich, wenn diese Freiheit bedroht wird, auch verteidigt. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern gegebenenfalls auch, wie wir bei der Ukraine sehen, eben auch militärisch. Und deswegen haben wir immer zur Bundeswehr als Freie Demokraten eine ganz positive Beziehung gehabt, weil wir wussten, das lehrt die Geschichte, ein freier Staat, eine freiheitliche Grundordnung ist nicht selbstverständlich. Und wenn Sie sich die Weltkarte angucken, dann können Sie die Staaten, die diesbezüglich 100 Prozent so leben wie wir, können Sie an wenigen Händen abzählen. Stichwort Freiheit ist ein ganz guter Begriff, da wollten wir auch ein bisschen drüber reden. Denn da gibt es ja Streit darüber natürlich, was das meint. Also das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel gesagt, wer jetzt das Klima nicht schützt, der schränkt die Freiheit der kommenden Generationen ein. Und wir haben auch bei Twitter mal ein bisschen rumgefragt. Und eine Frage, die ganz oft kam, war, warum setzt die FDP mehr auf die Freiheit im Jetzt, kein Tempolimit, Verbrenner aus, fast verhindert, und weniger auf die Freiheit der zukünftigen Generationen? Stichwort stärkerer Kampf gegen den Klimawandel. Also Freiheit ist in der Tat immer, was die Zukunft betrifft, was wir auch unseren Kindern und Enkelkindern zumuten. Deswegen hatten wir auch in dem ganzen Bereich, wie finanzieren wir in Zukunft das Alterssystem, Renten, haben wir natürlich auf die Zukunft gesetzt. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das Thema Tempolimit, das hat nichts mit Freiheit zu tun. Sondern? Aber warum sind Sie dafür dagegen? Nein, das ist, seien Sie mir nicht böse, sowas von Banane und Pille-Palle. Auf der Autobahn, wo in 80 Prozent der Fälle sowieso Geschwindigkeitsbegrenzung ist, an diesem Thema sich festzuhalten ist albern. Das machen die, die gehofft haben, dass das in den Koalitionsvertrag kommt. Jeder, der verhandelt hat, hat gesagt, das kommt nicht in den Koalitionsvertrag. Punkt. Und ich bitte auch darum, dass wir Freiheit nicht reduzieren auf diese Themen. Freiheit ist was viel Größeres. Ich sagte es gerade, dass Sie als Mensch so leben können, wie Sie wollen, mit wem Sie zusammenleben können, dass Sie Ihre Berufswahl frei wählen können. Übrigens während der Corona-Pandemie sind diese freiheitlichen Werte, freier Beruf, arbeiten zu dürfen, reisen zu dürfen, alles ausgesetzt worden eine Zeit lang. Und da haben wir übrigens erlebt, wie schnell diese Werte eines freiheitlich-demokratischen Staates außer Kraft gesetzt werden, wenn der Druck, warum auch immer, Pandemie, Krieg uns berührt. Aber bleiben wir mal bei diesen Freiheiten der zukünftigen Generationen. Um die geht es ja. Ja, da bin ich übrigens einer Meinung, um das direkt zu sagen. Die Vernachlässigung des ökologischen Themas haben wir alle zu verantworten. Alle zu verantworten. Warum dann nicht jetzt alles machen, was geht? Das tun wir ja. Nein, Sie tun es nicht. Doch, das tun wir. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag, ich darf daran erinnern, da war noch kein Krieg, gesagt, dass wir aus den fossilen Brennstoffen langsam rausgehen, Laufzeiten der Kohle. Das war alles festgeschrieben. Jetzt ist dieser Krieg ausgebrochen mit der brutalen Realität. Dass wir uns, CDU, SPD, in den letzten Jahrzehnten abhängig gemacht haben, energiepolitisch, Gas, Kohle, Öl von Russland. So, jetzt aufgrund dieser Situation vieler Embargos wurde auch dem letzten Fan von Öl und Kohle klar, dass wir aus dieser Abhängigkeit raus müssen. Weil wir jetzt so in between sind, ist ein Wirtschafts- und Klimaminister Habeck in die arabischen Länder gereist, um fossile Brennstoffe einzukaufen. Ich glaube, das hat er sich auch anders vorgestellt. Wir haben uns also alle viel anders vorgestellt. Das heißt, wir sind jetzt in einer Interim-Situation, um das zu überbrücken. Ich glaube auch jetzt mal positiv, dass dieser Druck, wegzukommen von diesen Abhängigkeiten, dazu führt, dass wir deutlich schneller in alternative Energieformen kommen. Und weil Sie das gerade gesagt haben mit dem Verbrennermotor, das ging darum, 2035 soll der Verbrenner abgeschafft werden. Wir haben gesagt, es geht nicht nur um den Motor, sondern es geht auch um das Benzin, was entsprechend genutzt wird. Und ich glaube, also der Markt wird sich in den nächsten 13 Jahren komplett verändern. Sehen Sie ja schon an der Zahl der E. Das wird eine Nische sein einfach, auch diese E-Fuels. Ja, und wenn dann einige noch ihren Verbrenner haben, aber dann eben E-Fuels nehmen, dann ist das ja eine Übergangszeit. Ich glaube, dass die Menschen schon jetzt entschieden haben, auf lange Sicht auf E umzuschalten. Aber auch das gehört so weiter zu. Auch Elektrizität ist ein Wert als solches, der erstmal generiert werden muss. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, woher kommt der Strom? Aber die E-Fuels verbrauchen doch fünfmal mehr Strom für dieselbe Mobilitätsleistung. Ja, aber sie werden doch, also ich bin, um das direkt zu sagen, ich bin keine Fachfrau und diesen Themen, da bitte ich auch um Entschuldigung. Deswegen wollen wir auch über diesen Freiheitsbegriff. Genau, aber ich wollte nur sagen, dass ich zutiefst überzeugt bin, angesichts der Situation, angesichts des Druck, dem wir auch ausgesetzt sind aufgrund des Klimawandels, den auch jetzt Leute registrieren, die vor ein paar Jahren das vielleicht nicht in der Ernsthaftigkeit gesehen haben, dass der Druck so groß ist, dass zwischen 2022 und 2035 sich enorm viel ändern wird und wir vielleicht dann zurückgucken, sagen Gott, was haben wir 2022 für eine Diskussion geführt. Aber dann bleiben wir doch tatsächlich mal bei diesem Freiheitsbegriff und Fragen einfach mal so ein bisschen offener. Wenn es darum gehen muss, die Freiheiten künftiger Generationen zu schützen, genau das ist ja der Kern der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Was ist denn aus Ihrer Sicht eine heute angemessene Einschränkung unserer Freiheiten? Wo müssen wir uns denn heute einschränken? Müssen vielleicht den CO2-Gürtel mal etwas enger schnallen, damit eben die Freiheit zukünftiger Generationen gesichert werden kann? Ja, also das ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, dass wir alle losgelöst von parteipolitischer Sichtweise aus dem Vollen geschöpft haben. Aber wo müssen wir denn dann jetzt anfangen? Also natürlich haben Sie recht, aber wo fangen wir an? Da kann ich Ihnen sagen, jeder fängt an. Sie fangen bei sich an und reflektieren mal, was haben Sie für Fahrzeuge in der Garage stehen oder haben Sie überhaupt welche? Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder sagen Sie unter Corona habe ich keinen Bock in der Straßenbahn zu sitzen, wo mir 100 Leute in den Nacken atmen? Das heißt, jeder für sich muss sich heute darüber im Klaren sein, wo man bei sich zu Hause anfängt. Das ist schon mal eine Herausforderung. Dadliches Handeln, wo muss das jetzt anfangen? Ja, Moment, das ist ja genau das. Wir setzen nicht nur auf staatliches Handeln, sondern auch auf die Verantwortung des Einzelnen. Im Verkehr hat das nicht geklappt. Sorry, das stimmt so nicht. Sie müssen schon jeden Einzelnen, und das ist auch Freiheit. Freiheit heißt auch, Verantwortung zu übernehmen. Freiheit heißt auch, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe drei Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder, also die ersten Enkelkinder. Und ich reflektiere sehr, was habe ich noch gemacht, als ich eine Jogafrau war, was heute völlig absurd ist. Also, wo man sagt, erinnern Sie sich mal an die TV-Sendungen, wo geraucht wurde bei laufender Kamera oder man stieg in ein Flugzeug und da gab es noch die Abteilung Rauchen, Nichtrauchen. Völlig irre alles, kann man sich alles gar nicht vorstellen. Was ich sagen will, eine Gesellschaft entwickelt sich weiter und wenn der Druck von außen kommt, dann wird sie sich entwickeln. Und da ist jeder gefordert. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn jeder im Warmen sitzt und sagt, Staat mach du mal. Wir sind der Staat. Und wenn Sie jetzt sagen, was konkret eine Bundesregierung machen kann, dann ist es eben, Regeln einzuführen, wo der Einzelne entscheiden kann, mache ich A oder B. Das ist natürlich völlig richtig. Allerdings schafft der Staat ja die ökonomischen Rahmenbedingungen für das Handeln der einzelnen Menschen. Mit anderen Worten, der Staat bestraft bestimmte Handlungsweisen dadurch, dass er sie zum Beispiel über Steuern teurer macht. Er setzt auf der anderen Seite Anreize, Dinge zu tun, wie zum Beispiel sich einen Dienstwagen zu kaufen, weil das steuerlich begünstigt wird. Wo, denken Sie denn, muss der Staat die richtigen Anreize setzen, damit wir eben nicht mehr über unsere Verhältnisse leben? Aber das ist doch nicht nur eine staatliche Aufgabe. Nein, aber da haben Sie ja völlig recht. Wir fragen jetzt aber spezifisch danach. Ja, aber ich finde das zu kurz gegriffen. Sie sehen den Staat als Überbau, der alles regelt. Nein, nicht alles regelt. Aber er setzt Rahmenbedingungen für die Freiheit des Einzelnen. Er setzt Rahmenbedingungen für die Freiheit des Einzelnen. Und das geht letztendlich auch auf, dass zum Beispiel ein Unternehmen, was Frauen und Männer für das Unternehmen gewinnen will, heute Anreize setzt. Ich sage Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich wohne in Düsseldorf in der Innenstadt. Da entsteht gerade das neue Hauptquartier von Alturs, große Reise. Also keine Werbung, aber das ist jetzt so. Hochinteressant, dieses Bauprojekt, wie es gebaut wird, ökologisch gebaut wird. Und jetzt wird es spannend, nämlich wo gar nicht mehr auf das Dienstauto gesetzt wird, sondern wo es ein Kombiticket gibt. Öffentlicher Personennahverkehr von außen kommend, Straßenbahnen in der Innenstadt, in der Tiefgarage, Fahrradstellplätze, damit die Fahrräder nicht draußen stehen. Wo ein Konzept entwickelt wurde, wie man Anreize schafft, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vom Niederrhein in die Stadt kommen, ihr Auto nicht mehr nutzen. Das macht ein Unternehmer, weil heute die Generation sensibilisiert ist und einen Anreiz will. Und ich glaube, so wird ein Schuh draus, dass das nicht alles von Berlin aus nach unten gemendet wird, sondern dass moderne Unternehmen ihren Teil dazu beitragen. Und da geht es um unvorstellbar viel Arbeitsplätze. Da geht es um viel Arbeitsplätze. Ich habe das auch verstanden, dass die FDP wahrscheinlich mehr als andere Parteien dieser individuellen, persönlichen Verantwortung der Bürger und Bürgerinnen ein größeres Gewicht gibt und da mehr drauf setzt als andere Parteien. Dennoch unterstelle ich Ihnen, dass Sie nicht sagen, der Staat hält sich raus. Die Verantwortung, die Freiheiten der zukünftigen Generationen, ja, das ist bedroht durch den Klimawandel, aber das ist letztlich alles Sache der privaten Unternehmen, der privaten Menschen. Die müssen Verantwortung zeigen und wenn sie das nicht tun, dann fährt das Ding eben gegen die Wand. Das ist ja ein übles Vorurteil, da muss ich jetzt mal richtig... Eben, deswegen, das unterstellen wir Ihnen ja gerade nicht. Nicht, aber wenn Ulf danach fragt, dann sagen Sie, die Individuen müssen das machen. Das stimmt sicherlich, aber was uns interessiert ist, was aus der Perspektive der FDP soll der Staat tun, damit zukünftige Generationen diese Freiheit auch noch genießen? Das kann ich Ihnen sagen, der Staat hat Rahmenbedingungen zu setzen, wo am Ende der Einzelne entscheidet, gehe ich den oder den. Aber welche Rahmenbedingungen sind das konkret heute? Nein, das können, nehmen Sie, Sie haben ja gerade das mit dem Auto genannt. Ja, Tempo-Limit. Mit dem, nein, nicht, nee, also jetzt wirklich nicht. Übrigens, das ist wirklich zu trivial. Okay, aber dann sagen Sie das. Weil das ist, man sollte auch, diese Trivialität dazu ist auch die Situation, in der wir leben, zu ernst. Dann sagen Sie, was der Staat macht. Die Menschen sind übrigens nicht bescheuert. Wer heute ein Auto nutzt, weil er auf dem Land lebt, der wird vielleicht auf der Autobahn früher schneller gefahren sein und sagt, der Benzinpreis ist teurer geworden, ich fahre jetzt doch mal langsam. Aber dann sagen Sie, was der Staat machen soll. Nein, er kann nur einen Rahmen setzen, in dem die Menschen eine Auswahl haben. Aber was konkret ist das heute? Was ich gerade gesagt habe. Okay, dann kommen wir zu einem etwas anderen Thema. Nein, nein. Nein, weil Sie haben eine andere Denke, als ich Sie habe. Das kann sein, aber ich will ja Ihre verstehen. Das ist relativ einfach. Es gibt einen Rahmen und in diesem Rahmen bewegen sich die Menschen. Und jetzt komme ich nochmal auf die Frage zurück, dass wir keine Verbrennermotoren mehr produzieren sollen, beziehungsweise dass die verboten werden sollten. Und dann ist es eine Alternative zu sein. Wir gehen davon aus, dass sehr viele den Verbrenner dann sowieso nicht mehr haben, weil sie sich in 13 Jahren anders entschieden haben. Vielleicht wird die Anzahl der Autos auch geringer. Weiß ich nicht. Kann sein. Aber dass es letztendlich eine individuelle Entscheidung ist, gehe ich den oder den Weg. Und da werden wir diskutieren. Wir beide. Ich bin ja schon grauhaarig oder weißhaarig. Ja, aber da ist noch viel Luft, bis es ganz weiß ist. Können wir lange diskutieren. Das ist eine Einstellung, dass es Regeln geben muss in einem Verbund. Das ist doch völlig klar. Dass aber Menschen auch eine Möglichkeit haben müssen, selbst zu entscheiden. Und wir glauben eben daran, dass das Menschen tun. Ich bin übrigens bei einer Sache bei Ihnen. Nämlich bei der Frage, dass die Freiheit des Einzelnen immer endet, da wo die Freiheit des anderen begrenzt wird. Und deswegen ist die Frage, ökologisch uns anders aufzustellen, wirklich von hoher Relevanz, weil es in der Tat auf Kosten der nachfolgenden Generationen geht. Werbung Viele Leute haben Versicherungen, die sie nicht brauchen. Manche Versicherungen sind aber einfach zu verlockend. Versicherungen gegen die Entführung durch Aliens. Dagegen kann man sich versichern. Kein Scherz. Stecken bleiben im Fahrstuhl. Auch dagegen könnt ihr euch versichern. Ihr könnt euer Geld aber auch einfach verbrennen. Um zu sehen, welche Versicherung ihr wirklich braucht, gibt es die Clark App. Mit Clark habt ihr alle eure Versicherungen im Blick. Jederzeit und überall schön übersichtlich, ohne Papierkram. Clark wird euer Versicherungsmakler und ist euer zentraler Ansprechpartner für alle Schadensmeldungen. Egal, welche euer Versicherung betroffen ist. Bei Fragen helfen auch Versicherungsexperten weiter kostenfrei und persönlich. Wenn ihr eine bestehende Versicherung bei Clark hochladet, gibt es einen 15 Euro Einkaufsgutschein für Marken wie DAZN, Zalando, die App Stores, Thalia und vieles mehr. Bei zwei Versicherungen, die ihr hochladet, gibt es sogar 30 Euro Gutschein. Einfach die Clark App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, Clark.de und bei der Registrierung den Gutscheincode LAGE eingeben. LAGE, alles groß geschrieben. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes. Dann wechseln wir jetzt doch nochmal zu einem anderen Politikbereich, den Sie gerade schon kurz gestreift haben. Das ist das Thema Infrastruktur. Sie hatten das bezogen auf die Infrastruktur der Bundeswehr. Das gilt aber natürlich auch ganz global und es ist tatsächlich, glaube ich, ein Bereich, wo der Staat in der Verantwortung ist. Stichwort Verkehrswege zu schaffen. Bei Straßen sieht es relativ gut aus. Nur viele Brücken sind in schlechtem Zustand. Bei der Bahn sieht es noch viel schlimmer aus. Da ist einfach in den letzten 20 Jahren insbesondere sehr wenig passiert. Schätzungen liegen weit auseinander. Aber im Grunde alles, was man so finden kann, geht davon aus, dass wir im dreistelligen Milliardenbereich Infrastrukturschulden haben, die wir zurzeit einfach quasi auf den Straßen, auf den Schienen in Deutschland haben, die wir den kommenden Generationen hinterlassen. Was können wir da tun? Was müssen wir da heute tun, um diese Infrastrukturschulden abzubauen? Also jetzt erlaube ich mir mal einen Schlenker. Wir hatten ja das Verkehrsministerium fest in CSU-Hand. Gott sei Dank haben die Wähler dem ein Ende bereitet, weil es floss viel Geld nach Bayern. That's it. Die Tatsache, dass wir unvorstellbar viel kaputte Brücken haben, ist natürlich, und nicht nur Autobahnbrücken, auch Eisenbahnbrücken, ist skandalös. Überhaupt die Infrastruktur. Und jetzt komme ich auf etwas, dass sich Deutschland nach der Wende, also man kann das ganz gut eingrenzen, nach 1990 in vielen Bereichen, jetzt gar nicht nur Armee, das einfach hat laufen lassen. Also ich bin Motorradfahrerin. Und wenn ich früher Motorrad gefahren bin, habe ich immer gemerkt, wenn ich durch Europa fuhr, Straßen miserabel. Tunnel in Italien, konnten sie froh sein, wenn sie hinten ein Leben wieder rauskamen. Man kann es nach Deutschland und alles war. Und man kam dann, in Österreich wurde es besser, in der Schweiz war es, da konnten sie ihre Spiegeleier auf dem Boden braten, super. Kamen sie nach Deutschland und dachten, ach gut, dass ich in Deutschland bin, alles gut. Und heute völlig anders. Straßen kaputt, das ist, wenn man ein Auto fährt, merkt man es nicht so. Überall Risse, wird da Bitume reingeschüttet. Wahnsinnig toll, wenn es heiß wird für den Motorradfahrer. Witschig. Der Traum schlechthin, genau, da können sie froh sein. Und das zeigt, dass in diesen Jahrzehnten einfach infrastrukturmäßig wahnsinnig wenig passiert ist. Und das fällt uns jetzt sowas von auf die Füße. Das geht los mit der Deutschen Bahn. Ich persönlich fahre mit Leidenschaft Bahn, weil ich es einfach toll finde, räume ein, die Strecke Düsseldorf-Berlin, ICE, macht Spaß. Vier Stunden zehn, schaffen sie mit keinem Auto der Welt. Zurzeit das Chaos, weil jetzt angefangen wird, Gott sei Dank, Weichen zu reparieren, Signale zu reparieren, Ausweichmöglichkeiten zu bauen, dass, wenn ein Gleis repariert wird, die Züge daran vorbeifahren können. Wurde alles nicht gemacht. Das kommt jetzt gleichzeitig. Gleichzeitig große Brücken geschlossen auf der A45, eine Riesenbrücke. Jetzt, mit Verlaub, fliegt uns die ganze Scheiße um die Ohren. Und das gleichzeitig. Dann kam noch Corona. Jetzt ist auch noch der Flugverkehr. Da kann man jetzt dazu stehen, fliegen will man oder nicht. Innerdeutsch gibt es, wenn die Zugverbindungen klappen, gute Alternativen. Funktioniert nicht mehr, weil die Leute alle weg sind. Jetzt wird alles gecancelt. Also Sie haben gerade, egal wie Sie reisen, am besten läuft man. Also Verkehr haben wir beschrieben. Sie sagen Infrastruktur im Eimer. Das gilt wahrscheinlich auch für viele andere Infrastrukturen. Digitales, im Klimaschutz kann man viel investieren. Da muss man viel Geld reinstecken wahrscheinlich. Ja, und es ist natürlich ein Zeitfaktor. Selbst wenn Sie das komplette Geld hätten, wir sprechen jetzt von 300 Milliarden. Sie können in der Geschwindigkeit das gar nicht alles herrichten. Sie brauchen die entsprechenden Gewerke, die das machen. Die sind alle ausgelastet. Das heißt, Sie brauchen einen Zeitfaktor, weil Sie ja nicht alles gleichzeitig machen können, sondern alle Autobahnen zu oder alle Bahnstecken. So ist das. Wenn Sie 30 Jahre nichts tun, will ich jetzt nicht sagen, dass es 30 Jahre dauert, um wir up to date zu sein. Aber Sie werden das nicht von heute auf morgen schaffen. Und da ist übrigens, weil ja gerade dieses 9-Euro-Ticket mal ausprobiert wird, die Leute mehr auf Bus und Bahn zu bringen. Das ist ja ein sehr spannendes Projekt gerade. Das gelingt, zeigt aber noch mehr, dass wir am Limit sind. Absolut. Und jetzt aber die Frage, wenn wir da diese ganzen Milliarden reinschütten müssen, um die Infrastruktur zu verbessern. Und gleichzeitig sollen wir aber keine oder sehr wenig neue Schulden machen, Schuldenbremse wieder einhalten. Wie soll das gehen? Also wir lassen ja gerade alle federn. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Dadurch, dass Sie prioritär arbeiten, deswegen sagte ich das gerade, nicht alles gleichzeitig machen, werden Sie in einer Bundesregierung Prioritäten setzen müssen. Ich weiß, dass oft jemand sagt, mit den Schulden und wir müssen jetzt Schulden machen und so weiter. Das Sondervermögen der Bundeswehr, 100 Milliarden, ist eine Schuld. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe jahrzehntelang Kommunalpolitik gemacht. Ich habe sogar noch ein Mandat in Düsseldorf im Stadtrat. Wir haben uns 2008 entschuldet. Die Stadt hatte nie mehr ausgegeben, als sie eingenommen hat. Und wir haben Stadtwerke verkauft, ein paar Dinge veräußert, waren schuldenfrei. Das waren unvorstellbare gute Jahre für die Stadt, weil wir sehr besonnen mit dem Geld umgegangen sind. Dann kam eine andere Phase, andere Mehrheiten. Ich will das gar nicht vertiefen. Jetzt hat die Stadt wieder Milliarden Schulden. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist die Hemmung. Okay, machen wir das zuerst oder das? Wie finanzieren wir das? Das, was jeder Mensch in seinem privaten Leben macht. Zu überlegen, fahren wir einmal in den Urlaub oder zweimal? Müssen wir jetzt wirklich eine neue Küche haben? Das, was jeder von uns macht, ein Staat in dem Moment nicht mehr macht, wenn diese Hemmschwelle Schulden aufgegeben wird. Ich sehe es in meiner Heimatstadt Düsseldorf gnadenlos, was CDU und Grünen da gerade machen. Was kostet die Welt? Wir sprachen gerade davon, dass wir Schulden an Generationen weitergeben. Und deswegen ist das Festhalten an der Schuldenbremse von hoher Relevanz, weil sie werden Tür und Tor öffnen, so wahr ich hier sitze. D'accord. Und jetzt haben wir quasi Rahmenbedingungen. Die einen Rahmenbedingungen sind, wir sollten nicht mehr Schulden machen, sagt jedenfalls die FDP. Dafür gibt es auch verfassungsrechtliche Gründe. Auf der anderen Seite waren wir uns gerade einig, wir brauchen sehr viel Geld, vielleicht 300 Milliarden für Infrastruktur. Wie passt das zusammen? Wo soll das Geld denn da nicht sein? Nein, das passt zusammen, weil die, die 300 Milliarden nicht gleichzeitig brauchen. Verstehen Sie, Sie gehen jetzt nicht hin und sagen, so Leute, gib mal 300 Milliarden, wir bauen jetzt 40 Brücken neu und 22 Tunnel. Sondern das ist ja ein Programm, was über Jahre geht. Und dann können Sie es natürlich. Wir sind ein reiches Land. Wir sind ein Hochsteuerland. Wir sind ein Land, was funktioniert. Wir haben ja auch Einnahmen. Es ist ja nicht so, dass da nichts reinkommt. Und insofern müssen Sie, wie jeder Haushälter, sich einen Zeitrahmen setzen. Prioritär, was ist jetzt besonders wichtig. Und wie gesagt, Brücken ist elementar, sonst ist Ausschluss mit lustig. Und das wird die Aufgabe sein, einer Bundesregierung mit dem Geld so umzugehen, dass man einen Haushalt hat, schaut, was müssen wir machen und in welcher Zeit können wir das leisten. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das wird nicht einfach. Nee, es wird brutal schwer. Wir haben diese Infrastrukturprobleme, da sagen Sie, das kann man ein Stück weit strecken, muss man vielleicht sogar wegen der mangelnden Gewerke. Wir haben aber noch andere Probleme. Wir haben nämlich etwas über 300 Milliarden Corona-Schulden, sage ich jetzt mal untechnisch, in den Büchern. Wir haben aber außerdem noch soziale Herausforderungen. Die Inflationsrate ist stark gestiegen. Es gibt breite Kreise in Deutschland, die werden das ohne Unterstützung oder Lohnsteigerung nicht schaffen. Daher ist die große Frage, ist das wirklich so, wie Sie sagen, dass man das alles aus den Steuern bezahlen kann, die wir jetzt schon haben? Es gibt ja auch einen Gegenvorschlag. Also Kreise der Linken, der SPD, der Grünen fordern zum Beispiel eine einmalige Vermögensabgabe. Die sagen über 16.300 Milliarden Euro privates Vermögen in Deutschland. Da könnte man ein, zwei Prozent über eine einmalige Abgabe mobilisieren und damit den Staatshaushalt deutlich entlasten. Was sagen Sie dazu? Also das sind ja die alten Diskussionen, die immer wieder führen. Also das Wort Vermögen löst ja bei vielen schon Schwingungen aus. Und wir wissen genau, dass die meisten Vermögen in den Unternehmen stecken. Ja, genau, das habe ich mal nachrecherchiert. 7.000 Milliarden von diesen 16.300 sind Geldvermögen oder unmittelbar mobilisierbare Anlagen. Also das mit den Fabriken ist ein Problem. Das sind nicht nur Fabriken. Ja, oder Firmen. Aber es gibt ja viel Bargeld, was da ist. Etwa die Hälfte ist mobil, relativ mobiles Geld. Barvermögen, Anlagen. Aber sorry, nehmen Sie mal ein mittelständisches Unternehmen, die Barvermögen haben, die immer wieder in Ihr Unternehmen investieren. In Mitarbeiterinnen, in Infrastruktur, damit der Laden läuft und eben nicht wie Deutschland nach 30 Jahren aussieht, als ob hier, wer weiß, was so übergerollt ist. So, dieses Geld ist da. Wenn Sie ein Unternehmen führen, brauchen Sie liquide Mittel, um dieses Unternehmen zu führen. Und wenn Sie diesen Vorschlag eins zu eins durchsetzen, dann gehen Sie an die Substanz des Mittelstandes. Ich weiß ja genau, was sich dahinter verbirgt. Es geht darum, dass manche Leute so viel Kohle haben, die können ruhig mal was abdrücken. Übrigens kann ich das sogar psychologisch nachvollziehen. Leider, von denen wir sprechen, die haben das Geld oft gar nicht in Deutschland. Das ist ein anderes Thema, dem hoffentlich auch nachgegangen wird. Aber ich warne davor, solche Diskussionen dafür. Der Erfolg von Deutschland liegt daran, dass wir einen breiten Mittelstand haben. Von bis Mittelstand ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Und wenn wir denen an die Substanz gehen, dann werden wir ein Problem bekommen. Was ist ein erfolgreicher Staat? Ein erfolgreicher Staat ist, Arbeitsplätze zu schaffen. So viel wie möglich. Je mehr Menschen arbeiten, je mehr zahlen sie ihre Steuern, je weniger müssen sie aufgefangen werden. Das leuchtet uns sofort ein. Wir verstehen diesen Ansatz, glaube ich, sofort ganz gut. Aber es gibt ja durchaus auch Vorschläge, wie man eine solche Abgabe so gestalten könnte, dass sie eben nicht zu einer Überlastung von mittelständischen Unternehmen führt. Beispielsweise, indem man die Zahlung über zehn Jahre streckt. Dass man sagt, man macht eine einmalige Abgabe, es gibt einmal einen Bescheid über die Summe und die Tilgung quasi kann man über einen bestimmten Zeitraum strecken. Das war ein Vorschlag der Linksfraktion zum Beispiel. Ich weiß, das triggert Sie so ein bisschen. Nein, ich bin ganz entspannt. Wollen Sie da quasi grundsätzlich sagen, über eine Vermögensabgabe ist mit den Freien Demokraten nicht zu reden? Nein, wir werden nicht an die Vermögen gehen, weil nochmal, weil der Erfolg Deutschlands liegt an der breiten Mittelschicht. Der Erfolg Deutschlands lebt davon, dass hier Unternehmen sind, dass hier kreativ gearbeitet wird, dass Themen, die uns plötzlich beschäftigen, dass die hier sich entwickeln können. Weil Sie gerade Corona sagen, wo wurde denn der großartige Impfstoff entwickelt? Das ist in Deutschland passiert. Natürlich. Ja, aber das ist ja von hoher Relevanz und es gibt tausend Beispiele und das können meine Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich sind, ich muss das nochmal sagen, auch im Detail besser beantworten. Ich habe eine Meinung zu den Dingen, aber bin nicht in allen Themen so dezidiert drin. Und insofern warne ich dafür. Und was die Linken sagen, ja, die Linken sagen auch, keine Waffen liefern, dann ist Frieden und Putin haben wir alle wieder lieb. Ich meine, diese Diskussion ist müßig, weil wir kommen auch nicht zusammen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir in der Mitte Deutschlands, übrigens auch im parlamentarischen Spektrum diskutieren, welcher Weg ist möglich und welcher nicht. Und wie gesagt, die Frage, Schulden, Schulden, Schulden zu machen, ist nicht die Antwort, auch wenn es heute plausibel klingt. Keine Schulden mehr, aber auch nicht mehr Einnahmen. Wir werden automatisch mehr Einnahmen haben, wenn der Laden brummt. Schauen Sie mal nach. Aber wenn die Infrastruktur zerfällt. Also jetzt ist hier aber Armageddon, oder? Naja, was heißt Armageddon? Schauen Sie mal, Investitionen, wer macht das? Das sind Handwerksbetriebe, das sind Firmen, das sind Firmen, die plötzlich Geräte herstellen. Also wenn Sie so wollen, ist da, wo viel aufzubauen gibt, gibt es auch eine Chance, viel Geld zu verdienen. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe mal vor Jahren, ich schäme mich fast, diesen Gedanken gesagt zu haben, dass ich gesagt habe, eigentlich braucht eine Gesellschaft immer mal eine Krise, um sich ihrer selbst wieder klar zu werden. Und wenn Dinge kaputt gehen, muss man sie wieder aufbauen. Der Auslöser war, dass wenn heute 80, 90-Jährige versterben, dann haben sie Dinge, die geben sie den Kindern weiter, manchmal Möbel oder so, wollen die Kinder gar nicht mehr. Die haben nämlich ihre Hütte sich mit Ikea eingerichtet, viel schöner als der Schrank, den die Oma da bringt. Und die Enkel wollen es auch nicht. Also entstehen Dinge, die eigentlich durch ihren Wert haben, aber keiner mehr will. Und ich habe dann in dem Kontext gesagt, dass meine Eltern, die in den 50er Jahren ihre Familie gründeten, froh sind, froh waren, wenn die Großeltern ihnen mal was gegeben haben, weil eben alle bei Null angefangen haben. Und wir leben in einer so aus den Vollen, dass wir das gar nicht mehr zu werten wissen. Jetzt angesichts dieses Krieges in der Ukraine schäme ich mich fast, diesen Gedanken gehabt zu haben. Ich habe noch eine Frage, die jetzt nicht so detailliert ist, weil Sie sagen, Sie sind ja jetzt auch nicht in jedem Ding drin. Aber nochmal, was so diese Vorstellung von der Gesellschaft angeht, Vermögensabgabe, haben Sie gesagt, lehnen Sie ab. Würden Sie denn generell sagen, dass das Vermögen in Deutschland gerecht verteilt ist? Würden Sie sagen, das ist gut, wie es jetzt ist? Oder würden Sie sagen, nee, es ist ungerecht und daran müssen wir was ändern? Es ist nicht mehr gerecht, weil die Schere zwischen Wohlstand und Armut krass auseinander geht. Ich würde gerne mal ein ganz konkretes Beispiel geben, was mich extrem beschäftigt, ist die Frage, weil ich aus der Kommunalpolitik komme, die Frage des Wohnungsmarktes. Wenn sich heute junge Menschen, 30, 35 eine Wohnung kaufen wollen, können sie das in Ballungsgebieten oder in den berühmten Speckgürteln der Ballungsgebiete nicht mehr leisten, wenn nicht Eltern, Großeltern oder der Erbonkel aus Amerika, von dem jeder träumt, hilft. Das halte ich für ein ganz großes Thema. Was wollen Sie ändern? Und das halte ich für hochproblematisch. Das ist jetzt ein sehr kommunales Thema, dass ich der Meinung bin, das habe ich vor Jahren noch ganz anders gesehen. Aber inzwischen sind da Verwerfungen, da werden Preise aufgerufen, die sind absolut unerträglich, weil das birgt wirklich soziale Verwerfungen. Und die Wohnung, da wo man lebt, das wissen wir neben den persönlichen Beziehungen, die man führt, von hoher Bedeutung. Was empfehle ich? Dass Kommunen, Städte, Gemeinden wieder mehr Grund und Boden erwerben, da kann die Bundesrepublik helfen. Und dann über zum Beispiel Genossenschaftsmodelle, da gibt es einige Modelle, möglich macht, dass der Grund und Boden in Erbbau weitergegeben wird. Dann wird der Wert des Bodens, den können wir nicht steuern, weil da wo, das ist ja der Markt, da wo viel wenig Boden ist und alle hinwollen in den Großstädten. Man kann ihn nicht vermehren, der ist einfach. Genau, aber was man machen kann, ist über Erbbau, dass der Grund und Boden, der Wert nicht umgelegt wird auf Kauf oder Miete. Und dass dort die Städte wieder reingehen, um gerade Familien mit Kindern eine Möglichkeit zu geben, auch Grund, beziehungsweise kein Grund, aber eine Wohnung zu erwerben. Das läuft dann auf 99 Jahre. Da gibt es sehr, sehr spannende Dinge und da wünschte ich mir, dass in der Kommunalpolitik mehr passiert. Da kann die Bundesrepublik helfen, vor allen Dingen aber die Länder. Sie wissen ja, dass das Geld, was die Kommunen bekommen, immer über die Bundesländer geht. Das ist halt unser System. Da muss man den Ländern auch ein bisschen auf die Finger hauen, denn das Geld, was vom Bund an die Länder überwiesen wird, erreicht oft nicht 100 Prozent die Kommunen. Die haben da klebrige Finger, das Land, und sagt, oh, dann behalten wir. Wir brauchen auch noch Geld. Wir brauchen auch noch Geld. Aber das finde ich ein Thema übrigens, neben der Frage der Ökologie, was wir dringend angehen müssen, weil das geht so nicht weiter. Ich verstehe Sie richtig. Der Markt alleine kann es hier eben nicht regeln, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es mehr Eigentumsbildung gibt. Oder jetzt in Ihrem Beispiel Erbbau in den Händen der Menschen in Deutschland, weil die Quote einfach zu niedrig ist. Ja, also das betrifft nicht nur Eigentum zu erwerben. Wir haben ja gar nicht so viel. Also gemessen an anderen Ländern sind wir gar nicht so eigentumsstark. Genau, deswegen der Gedanke mehr Eigentum. Ja, also mehr Eigentum, weil Eigentum eine gewisse Verpflichtung hat. Menschen gehen mit einer Wohnung, die ihnen gehört, andersrum, als wenn sie im Mietbund, nicht alle, aber haben da eine andere Sensibilität für. Dass wir da Modelle aufwerfen. Ich war vier Jahre hier in dem entsprechenden Ausfluss, wo wir auch darüber diskutiert haben. Am langen Ende muss es aber, das hat was mit unserem föderalen System zu tun, die Länder mit den Kommunen machen. Wir bemühen uns auch gerade in meiner Heimatstadt Düsseldorf sowas umzusetzen. Ehemaliges Kasernengelände, die Kaserne steht noch da, aber ist freigezogen, wird auch nicht mehr benötigt. Also da finde ich, ist Kreativität gefragt, weil sie eben sagt, nachhaltig, Enkel, Freiheit. Wenn ein Mensch sich keine Wohnung mehr erlauben kann oder die Hälfte des Nettogehaltes für Mieten draufgehen, dann ist die Freiheit in der Tat gefährdet. Also das ist etwas, was ich einfach aus meiner Erfahrung sagen kann. Abschließende Frage, wir müssen zum Schluss kommen. Sind Sie richtig als Freidemokraten in dieser Ampelkoalition? Ja, ich finde es wunderbar und ich muss Ihnen sagen, ich habe schon mal eine Ampel kommunal verhandelt. Ich habe sechs Jahre mit SPD und Grünen zusammengearbeitet. Das war am Anfang total schräg. Wenn man sich zehn Jahre, also mit Verlauf politisch anpinkelt, jeder hat so seine Hardcore-Position, dann fällt das schwer. Ich habe das als große Erfahrung erlebt und ich muss Ihnen sagen, ich glaube, in diesen Krisen, in denen wir gerade sind, also Frage Inflation, wie wird die Energieversorgung, wie wird die Frage von Krieg und Frieden, kann der Bundesrepublik keine bessere Regierung haben, weil die Tatsache, dass die Sozialdemokratie daran beteiligt sind, die Grünen beteiligt sind und wir, halte ich für ein Glück. Wenn wir jetzt einen CDU-Kanzler hätten, wäre auch die Diskussion eine andere und ich glaube, der Widerstand in der Bevölkerung beim ökologischen Umbau, bei der Frage, auch Waffenlieferern, Ukraine, wäre deutlich höher. Ich glaube, die Ampel hat eine große Chance. Ich hoffe, wir nutzen sie alle gemeinsam. Irgendwann werden die Geschichtsbücher darüber schreiben, ob wir es auf die Kette bekommen haben oder nicht. Wir haben uns ein bisschen umgehört und unter den Ampel-Leuten so eine These gehört, die FDP will eigentlich raus aus der Ampel, weil sie fürchtet, in drei Jahren schlechter abzuschneiden. Sie will jetzt eigentlich raus, um Neuwahlen zu provozieren, dann vielleicht mit den Schwarzen zusammenzugehen und will aber nicht schuld sein, deswegen provozieren sie. Das haben Sie sich gerade ausgedacht. Nein, nein, das haben wir schon in der Vergangenheit verrichtet. Ja, also passen Sie auf. Sie sagen, wir bleiben drin. Jetzt sage ich mal ganz heftig, das ist total Bullshit. Wir haben einen guten Koalitionsvertrag zusammen, wir arbeiten gut zusammen, wir diskutieren hart an der Sache. Jede Regierung, große Koalition, oh Gott, wie oft habe ich gehört, die platzt, da platzt gar nichts. Schwarz-Gelb, Schwarz-Grün, zurzeit ist ja alles Schwarz-Grün, die werden auch noch viel Freude miteinander haben, aber da kann ich in NRW nur sagen, Happy Birthday, die haben noch Spaß. Aber losgelöst davon, wir sind angetreten, über 2025 hinaus zusammenzuarbeiten. Zusammenzuarbeiten. Und diese Ampel wird halten, wie alle Koalitionen gehalten haben, weil wir einen Auftrag haben und man auch den Menschen draußen nicht erklären kann und sollte, dass wir uns mit uns beschäftigen. Ich arbeite gern mit Rot und Grün zusammen. Das ist für uns alle eine neue Lebenserfahrung. Wir sind in vielen Dingen, übrigens Verteidigungsbereich, ganz eng beisammen im Ausschuss. Überraschend, ich muss Ihnen sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass die Grünen so vehement für Waffenlieferungen sind. Also wenn jetzt hier eine Grüne säße, würden Sie sie wahrscheinlich damit konfrontieren. Aber das zeigt, wir sind realistisch. Also man hat ein Wahlprogramm, man versucht so viel wie möglich umzusetzen. Dafür ist man gewählt worden und die Realität holt einen dann ein. Aber ich glaube, wir machen das gut. Und die, die jetzt sagen, die wollen eigentlich raus. Von denen behaupte ich, dass sie gerne wollen, dass wir rausgehen. Denen gefallen werden wir, aber den drei Schlafmützen, die das gesagt haben, nicht tun. Letzte Frage. Sie sind auf einer Insel, nehmen drei Leute mit, um gegen Christian Lindner zu putschen. Wen nehmen Sie mit? Ich nehme drei Leute mit, um ihn zu putschen. Um den Putsch zu planen. Ich werde Christian Lindner nicht putschen. Er macht einen guten Job. Ich arbeite mit ihm seit vielen Jahren zusammen. Ich habe ihm zu verdanken, dass ich im Deutschen Bundestag sitze. Er hat mich nämlich 2013 angerufen, ob ich bereit bin, in die Bundespolitik zu gehen. Insofern, ich weiß gar nicht, gegen wen ich putschen würde, gegen irgendjemand in Berlin vielleicht. Da würde ich aber dann Christian Lindner mitnehmen. Der ist da unter den zwei anderen. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag und wie wir gehört haben, engagierte Liberale. Vielen Dank, Frau Strack-Zimmermann. Danke für Ihre Einladung. Werbung Ihr könnt die Lage der Nation auch werbefrei hören unter pluspunkt lagedernation.org. Dort gibt es auch eine auf rund die Hälfte eingekürzte Lage kompakt. Ihr hört dann also in einem Feed, könnt ihr euch abonnieren, die normale Lage in voller Länge, aber ohne Werbung. Und in dem anderen Feed, die auf rund die Hälfte eingekürzte Lage kompakt, natürlich auch ohne Werbung, findet ihr alles unter pluspunkt lagedernation.org. Die Abos, die ihr dort abschließt, könnt ihr jederzeit wieder kündigen. Bezahlen ist super einfach und nebenbei unterstützt ihr noch unabhängigen Journalismus. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit der Lage. Danke fürs Zuhören. Das war die Ausgabe Nummer 298 der Lage der Nation. Ein Sommerinterview. Es folgen weitere, weitere Interviews, weitere Ausgaben. Und noch ein paar Spezialfolgen. Und noch ein paar Spezialfolgen. Zur Digitalisierung. Zur Digitalisierung, genau, ausführlich und lang und intensiv. Also ihr werdet nicht ohne uns auskommen müssen in der Sommerpause. Gehabt euch wohl, genießt den Sommer und dann hören wir uns bald wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss.